Ja, das war's mal wieder komplett. Herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe gerade eine viele Stunde gequatscht, warum ich donated habe, weswegen, mit allem drum und dran. Leider ist das Video nicht zu gebrauchen. So, ich bin ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Lust, nochmal 15 Minuten zu quatschen, ich halte mich kurz. In den letzten vier Wochen hattet ihr die Möglichkeit, mich zu subscriben und ich habe gesagt, jeder, der auf Twitch quasi unterstützt, supportet, von diesen 4,99 geht ein Teil an Twitch und davon geht ein Teil an mich. Davon nehme ich einen Euro und spende das für eine wohltätige Organisation. Sprachfehler ist da. Ich lade das jetzt auch an Cut hoch, weil ich versprochen habe, das Video kommt heute und da gleich noch ein Livestream folgt oder genau in diesem Moment, wenn ihr das jetzt seht. Ja, ich habe versprochen, es soll kommen und es muss kommen. Reach Out Worldwide ist die gute Organisation, gegründet von Paul Walker und wer mich kennt, ich liebe Paul Walker, eine Homo-Basis natürlich. Und, ja, ihr habt dafür gesorgt, sag ich mal, dass der Twitch-Kanal Inventmaster diese Spende quasi gemacht hat. Ich muss das alles nicht machen, ich habe es aber euch versprochen. Es war eine Aktion von mir und wenn das gut ankommt, dann werden wir das häufiger machen, denke ich. Lasst also gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo sowohl auf Twitch als auch auf YouTube, wäre mega geil halt. Und ich werde demnächst eine LAN machen wieder, das erste Märzwochenende und da werde ich auch diese verlosen. Sprecht mich also gerne im Livestream darauf an, wie man die bekommen kann, was man tun muss und vielen Dank. An dieser Stelle geht nochmal an gamelive.eu raus. Das ist keine bezahlte Werbung oder sowas. Ich danke denen einfach nur und, ja, vielen, vielen Dank. Und hier quasi der kleine Beweis. Ich habe das live eingetippt, aber, ja, man kann die Seite ja hier oben sehen. Also es ist hier kein Screenshot oder sowas. Runterscrollen. Und wir haben 40 Dollar donated. 40 Dollar sind 35,40 Euro. Und wir waren, das kann ich euch zeigen, 25 Subscriber. Und ich habe gesagt, für jeden Sub einen dezenten Euro. Ungefähr fünf Subs, muss ich sagen. Da habe ich gesagt, da spende ich zwei Euro statt ein. Das wäre so auf 30 Euro. Und, ja, dann habe ich noch ein bisschen aufgerundet. Wenn euch das also gefallen hat, ist gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Und vielleicht seid ihr jetzt ja auch schon im Livestream. Also, tausend Dank. Habt einen schönen Valentinstag. Lasst das Krachen. Ciao. Ciao.